Einen schönen guten Tag liebe Zuschauer zum jetzigen Nachmittag 15.100 hier am Donnerstag 1. Dezember beim JFT Live Trading TV. Wir wollen wie angekündigt auf den DAX zunächst schauen, um so mal ein Stück weit auszuwerten, was hier seit den Vormittagsstunden passiert ist. Grundsätzlich hat sich der Index heute hier an einem saisonal schwachen Handelstag versucht zu berappeln. Wir schauen hier gerade mal auf den Stundenchart. Und ja, die Unterstützung wurde temporär unterschritten, aber per Stunden Close hat sich der Index hier tatsächlich halten können. Hier knapp um 10.545 Punkte. Dann gab es hier eine starke Newskerze sozusagen hier aus den USA begünstigend. Und insofern ging hier die Talfahrt nach unten, die eigentlich präferierte Talfahrt, nicht wirklich vonstatten. Aber wir sehen auch, dass der Index natürlich hier so ein Stück weit nicht vom Fleck kommt. Das heißt, die Gefahr weiterer Tiefs ist weiterhin gegeben und auch meines Erachtens durchaus zu präferieren. Insofern bleibt es dabei, insbesondere wenn wir hier nochmal abtauchen sollten, jetzt während des USA-Handels möglicherweise, denke ich, sehen wir schneller die 10.460, 10.450 als dem ein oder anderen Marktteilnehmer lieb ist. Nach oben hin wäre es erst wieder ein Stück weit Entspannung, wenn wir die 10.600 überwinden. Ich meine, gut, das ist nicht mehr viel, das sind gute 34 Punkte. Wenn der Dex die drauflegt, dann haben wir hier die Chance, nach oben wieder anzusteigen. Ein Stundenschlusspreis über 10.600 wird auf jeden Fall initiieren, dass der Markt dann nochmal Richtung 10.700 und höher ansteigen kann. Aber grundsätzlich hier die Tendenz erstmal die, dass der Markt theoretisch gesehen nicht zwanghaft hier nach oben laufen muss. Wie gesagt, das präferierte Szenario bleibt eigentlich eine Schwäche und morgen zu den Non-Farm-Payrolls wird sowieso sehr, sehr spannend. Hier nochmal der Wochentag, wie gesagt, 43 Prozent positive Schlusspreise, ist nicht viel. Morgen rein statistisch eher ein bullischer Tag, das bleibt mal abzuwarten, ob das so kommt. Aber der Dex, wie gesagt, hier relativ verhalten. Bislang geht er nochmal unter 10.550, dann wäre hier durchaus ein weiterer Rutsch zu präferieren. Schauen wir aber jetzt mal auf den Silberschart. Auch das hat er ja schon angekündigt. Wir hatten hier auch heute eine größere Analyse zum HUI, zum HUI-Index, also hier zum Gold-Minen-Index aus den USA. Und der weist ja saisonal gesehen hier, vielleicht haben Sie den Artikel schon gelesen, eine relative Schwäche auf. Und hier auch schadtechnisch haben wir eine Support-Line. Wenn die gebrochen wird unterhalb von 174 Punkten, könnte es relativ schnell gehen. Süden gehen zunächst erstmal bis 160 Punkte, um dann noch ein Stück weit tiefer sozusagen abzutauchen. Das heißt, hier sind die Ausgangszeichen nicht so positiv. Und wenn wir hier beim Silberschart mal schauen, der heutige Wochentag, gehen wir mal hoch auf das Symbol. Zack, USD, übrigens hier der Silberpreis in US-Dollar, am Spot-Markt wohlbemerkt. Keine Underlines der Rivater Natur, sondern hier handeln Sie bei JFT Brokers den realen Silberspot-Preis. Und der wird auch hier sozusagen in der Wochentagsstatistik eingefangen. Und da sehen wir, dass Donnerstag eher schwach, Freitag allerdings der stärkste Wochentag. Einfach mal so als Background. Grundsätzlich aber hier mit Blick auf den aktuellen Tagesschart haben wir die Situation, dass wir jetzt saisonal bis Mitte Dezember in eine Schwächephase übergehen. Deckt sich ein Stück weit mit dem HUI-Index, deckt sich auch ein Stück weit mit dem Goldpreis. Das heißt, kurzfristige Schwäche zu erwarten. Dann aber ab Mitte Dezember wird es sehr, sehr spannend. Und bleiben Sie da informiert hier bei uns, ich werde Ihnen das eine oder andere saisonale Setup vorstellen, gerade beim Goldpreis oder auch auf den DAX, FDAX bezogen. Gibt es hier sehr, sehr bullische Tendenzen, die lange, lange zurückreichen. Also das schon mal vorab, aber grundsätzlich aktuell hier eher der Short-Zug zu bevorzugen. Was bedeutet das? Wenn wir uns den Tagesschart anschauen, sehen wir, dass Silber sich jetzt hier versucht, ein Stück weit zu stabilisieren, nachdem hier der Durchrutsch unter dieses Unterstützungsniveau von 17,12, 17,15 geschehen ist. Sehr schöne Horizontalunterstützung, das Level wurde aufgegeben. In der Folge tropfte der Silberpreis nach unten. Das eigentliche Ziellevel, was man hier sozusagen ableiten konnte, liegt hier im Bereich 15,85 etwa. Lassen wir uns da mal eine Horizontallinie einziehen. 85 Vorlagen. Gerade nicht da, auch kein Problem. Auf jeden Fall, dieses Level wäre hier zu empfehlen. Und wenn der Silberpreis hier, wie gesagt, nochmals ein Stück weit abdreht, dann ist zu präferieren, dass er bis 17,15, 85, 15,50 runtergeht, um sich dann eben hier Mitte Dezember durchaus möglicherweise einer Stabilisierung hinzugeben. Was dann wiederum für eine Art Turnaround nach oben sprechen könnte. Und dann hätten wir hier natürlich das formidable Ergebnis, dass der Index, beziehungsweise, was sage ich, der Index, dass der Silberpreis hier vielmehr dann noch ein Stück weit an Fahrt gewinnen könnte, um dann hier Richtung, ja, des Widerstandsniveaus, jetzt aktuelles Widerstandsniveau bei 17,15, 17,10 anzusteigen. Kurzfristig aber eher die bärische Variante zu bevorzugen. Das bleibt beim Silber definitiv auch der Fakt. Auf der Oberseite hier kurzfristig sehen Sie auch sehr schön hier die Schatten der Candlestickherzen. Dieses Level müsste um 16,70 erstmal überwunden werden, damit es hier wirklich weitere Impulse Richtung 17,15 geben könnte. Unterhalb dessen bleibt der Silberpreis definitiv in dem Gefahrenmodus, dass es hier weitere Tiefs geben könnte. Also Silberpreis auch nicht wirklich so bullisch. Sieht hier eben eher danach aus, als würden wir hier noch die neuen Tiefs sehen. Und das im Einklang mit der Saisonalität lässt sich ja hier relativ gut schlussfolgern. Gut, meine lieben Zuschauer, das wäre die kurze Beschauung zum DAX und zum Silberpreis gewesen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder beim Webinar, beim JFD Live Trading TV, beim Devisenradar oder aber natürlich dann auch gelesen bei dem einen oder anderen Artikel. Ansonsten Jens Glatt, morgen wieder für Sie da im Morning Meeting ab 10.30 Uhr hier auf dem Kanal. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen guten Handelstag. Auf bald, Ihr Christian Kemmerer und Tschüss. Auf bald, Ihr Christian Kemmerer und Tschüss.